Als erstes verbinden Sie den Wechselrichter über WLAN mit Ihrem Endgerät. Das kann ein Smartphone, Tablet oder wie in diesem Fall ein Laptop sein. In der Übersicht der Netzwerkverbindungen des Laptops erscheint der Wechselrichter mit SMA und der Seriennummer. Einfach anklicken und verbinden. Dann erscheint ein Dialogfeld, in das Sie den Netzwerkschlüssel eingeben können. Der ist auf dem Typenschild aufgedruckt. Oder Sie nutzen die WPS-Funktion. In dem Fall müssen Sie zweimal auf das Gehäuse des Wechselrichters klopfen. Dieser Zweifachklopfer aktiviert die WPS-Funktion. Alternativ können Sie auch in den ersten 10 Stunden bzw. für die Erstkonfiguration auf das Passwort SMA12345 zurückgreifen. Nach den ersten 10 Betriebsstunden geben Sie einfach den Netzwerkschlüssel ein. Ich nutze in dem Fall die WPS-Funktion, weil es einfacher ist und ich nicht den langen Netzwerkschlüssel eingeben muss. Diese Funktion gibt es auch beim Smartphone. Bei Android heißt es WPS Push Button. Wenn die blaue LED am Wechselrichter blinkt, ist die WPS-Funktion aktiv. Dann werden die Netzwerkschlüssel zwischen Wechselrichter und Laptop automatisch ausgetauscht. Sobald die Verbindung mit dem Wechselrichter besteht, öffnen Sie den Browser und geben Sie folgende IP-Adresse ein. 192.168.12.3 Diese IP-Adresse gilt für alle Wechselrichter mit lokaler Benutzeroberfläche. So gelangen Sie auf die lokale Benutzeroberfläche des Gerätes und müssen sich als nächstes über die Eingabemaske einloggen. Beim Einloggen können Sie zwischen den Benutzergruppen Installateur und Benutzer wählen. Außerdem werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu vergeben. Bitte beachten Sie, dass Ihr gewähltes Passwort gleichzeitig das Anlagenpasswort für die gesamte Solaranlage ist. Sind also mehrere Wechselrichter Teil der Solaranlage und sollen alle im Sunny-Portal als eine Anlage registriert werden, dann müssen Sie für jeden Wechselrichter dasselbe Passwort verwenden. Sie sehen hier, dass das von mir gewählte Passwort nicht sicher ist. Sie sollten also ein besseres wählen als 12345. Abschließend auf Login klicken. Bei der Erstkonfiguration des Wechselrichters haben Sie nach dem Login die Möglichkeit, zwischen einer manuellen Konfiguration, einer Konfiguration über Konfigurationsdatei und einer Konfiguration über den Installationsassistenten zu wählen. An dieser Stelle sehen Sie die Auswahl leider nicht, weil wir den Wechselrichter schon einmal in Betrieb genommen haben. Ich empfehle Ihnen die Konfiguration über den Installationsassistenten. Den Assistenten können Sie immer wieder über das Männchen hier rechts oben in der Menüleiste starten. Und das mache ich jetzt. In wenigen Schritten können Sie hier die Konfiguration durchführen. Zu jedem einzelnen Konfigurationsschritt finden Sie die Erklärung auf der rechten Seite. Deshalb werde ich jetzt nicht jeden Schritt im Einzelnen durchgehen. In Schritt 2 müssen Sie das Datum und die Zeit einstellen. Dann klicken Sie auf Speichern und weiter. Im dritten Schritt wählen Sie die Ländernorm aus. Default ist die Norm, mit der der Wechselrichter ausgeliefert wird. Wir haben mehrere Länderdatensätze vorbereitet und ich wähle jetzt die Ländernorm für Deutschland. Falls ein Energiezähler in der Solaranlage integriert ist, dann wird der auch hier angezeigt und kann entsprechend konfiguriert werden. Im Schritt 5, Netzsystemdienstleistungen, geht es zum Beispiel um die Konfiguration einer notwendigen Begrenzung der Einspeiseleistung. Und im sechsten und letzten Schritt erhalten Sie eine Zusammenfassung der Daten. Diese Zusammenfassung kann als Datei exportiert werden. Außerdem können alle Parameter exportiert und als HTML-File abgespeichert werden. Wenn Sie auf Weiter klicken, dann erhalten Sie eine Übersicht über Ihre Anlage, die auch immer als erstes erscheint, wenn Sie sich über die lokale Benutzeroberfläche einloggen. Hier sehen Sie den Status des Gerätes und die aktuelle Leistung. Im unteren Teil werden die Leistung und der Verbrauch für Tag, Monat und Jahr als Graphen dargestellt. Unter dem Menüpunkt Gerätekonfiguration finden Sie die Option, diese Konfiguration in einer Datei zu speichern. Diese Datei können Sie nutzen, wenn Sie mehrere Wechselrichter für eine Solaranlage in Betrieb nehmen müssen. Mit der Konfigurationsdatei sparen Sie sich das Durchklicken des Installationsassistenten für jedes einzelne Gerät. Wenn Sie jetzt nochmal auf Home klicken, erhalten Sie die Ansicht, die auch immer dann erscheint, wenn Sie sich mit den Anlagedaten einloggen. Abmelden können Sie sich oben rechts im Dropdown-Menü, das sich hinter dem Männchen verbirgt. Beim Lockout müssen Sie nur bedenken, dass, falls Sie sich erneut mit dem Wechselrichter verbinden wollen und zu Beginn als Netzwerkschlüssel SMA12345 genutzt haben, dieses nicht mehr gilt. Der Netzwerkschlüssel SMA12345 ist nach der Erstkonfiguration ungültig. Das bedeutet, dass Sie sich nochmal mit einem Zweifachklopfer über die WPS-Funktion mit dem Wechselrichter verbinden müssen. Oder Sie geben den Netzwerkschlüssel ein. Der ist auf dem Typenschild des Gerätes aufgedruckt. Das war die Inbetriebnahme des Wechselrichters über den intuitiven Webserver. So funktioniert die Inbetriebnahme aller SMA-Wechselrichter mit einer Schnittstelle zur lokalen Benutzeroberfläche. Das ist die Inbetriebnahme des Wechselrichter mit einer Schnittstelle.